Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Kränge, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke. Und sie hatten sonst keinen Raum in der Werke.